Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Eine Wohnung oder ein Haus zu finden in Deutschland, das ist im Moment gar nicht mehr so einfach. Ich glaube, dass diese ganzen populistischen Scheinlösungen, dieses Gegeneinander, Mieter gegen Vermieter, niemanden verspricht. Wachsende Infrastruktur, die verdichteten Räume, das anzugehen mit smarten Konzepten. Kluge Anreize schaffen, damit klimagerechte Sanierung auch möglich ist. Wir wünschen, dass sich bei der Grundwerbsteuer etwas tut. Dass wir es schaffen, ein eigenes Bauresort hinzubekommen. Ich glaube, das Thema Bauen, Wohnen, gleichwertige Lebensverhältnisse in Stadt und Land, das braucht eine starke Stimme. Wir schalten zu meinem Kollegen Mike Delberg. Was ist denn im Chat los? Ja, hier ist viel los. Ich lese es schon die ganze Zeit im Chat mit und merke, das Thema Bauen und Wohnen, das bewegt wirklich alle und zwar mit den unterschiedlichsten Perspektiven. Egal, ob es ein Gewerbeimmobilie ist oder eine Wohnimmobilie, dass wir die nicht leerstehend haben, sondern dass wir die in der Wohnnutzung zuführen. Normalerweise vermieten sie Gewerbeflächen zu einem anderen Preis als Wohnflächen. So, und da liegt dann auch der Hase begraben. Aber wenn sich das lohnt, dann wird das auch gemacht. Ich glaube, dass wir eine tolle Diskussion geführt haben und ich bedanke mich bei den Ideengebern. Ich finde das ganz spannend, dass man auch ihre Impulse hier mal diskutieren kann. Vielen Dank und einen schönen Abend.